ich habe ein Ich stehe hier in der Ecke im Kellerkorridor Ich lass dich hier mal pieken Naja Oh, vielleicht geh ich doch lieber erstmal zurück Ja, die kommen von oben Ja, schön Ja, geh zum Dock in der Nähe Ah, ja Mensch, einfach Ähm, Waffenlagerkorridor oben Einer Markier ihn jetzt Danke Geht auf welche Dining Hall, Chris? Weiß ich nicht, wahrscheinlich Aber ich kann ja jetzt nicht grad gucken Weil da viel aufgesprengt worden ist Oh, die sind oben Treppe Das ist oben Treppe Ja Ja Blackbird Ich geh zurück Ich fühl mich hier ein bisschen doof Hallo Uh, guck guck X-Aaron Ja Guck guck Ich such den die ganze Zeit und Oh, ja, unter meinen Füßen Okay Oh, F*** der hat, der hat mich durch Weiß was Schreckt euch Schreckt euch Schreckt euch Ah, da ist einer in der Ecke War In der Ecke Hinterm Sofa Geh die Drohne mal Ich nutz mal wissen die Drohne und troll die mal ein bisschen Passt auf Wenn jetzt jemand rausrennt Ich jag jetzt ein paar Leute mal aus den Entdeckungen Hinter dem Äh, der Raum selbst ist hier Meine Drohne ist natürlich hier Schönt ihr mich Ah, F*** Ähm, in dem Flur Cavera Hab ich Kuckuck Ich kann ja einen markieren Äh, was war mit dem Keine Ahnung Da kommt einer hoch, der Seere Ah, ich bin Blackbeard Boah, ich hab mich schon tot gesehen Ich hab mich tot gesehen Aber dann ist mir eingefallen, ich bin Blackbeard Oh Jetzt bist du tot Ähm Ähm, 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 ähm Im Kamin-Saal ist einer Ja, Flügel zu erzählen Ich seh den aber jetzt nicht mehr Weil Omnitron sein Ding Omnitron sein Ding nach dem Kampf drin, ne Ja, warte, dreht das mal deine Drohne Hier ist ein Typhi drin Ja, okay, Moment Warte, warte, im Zug, im Zug Äh, in den Raum da Ein objektiv weiterzug Ja, rechter Objekt, rechter Zug da drin Dahinter Da Ja, und hinter dir war einer Da in den Kaminraum Ja Jetzt smockiert jetzt Kaminraum rein Bruh Ich glaub, äh, so Train an sich ist, glaub ich gar keiner mehr Okay, warte, nur lass ich geh rein In 3, 2, 1 1 Nice Geflächter Gegner Easy win Let's go Der steht in der Ecke Der steht in der Ecke Markiert Da, wo's markiert ist Nice Kamin, Kaminraum Kaminraum, Kaminraum Fahr, Kaminraum Fahr, Kaminraum Fahr, Kaminraum Fahr, Kaminraum Nice Auto im Kaminraum Soll ich mal blocken, dass ich mich nicht mehr Tu mir leid, Drohne Jonas Ich hab ne Ideen Ich hab, ich hab gedacht grad so, sag ich was Jeder der im Kaminraum bleiben will, bleibt jetzt da drin Lass mich hier rein, lass mich hier rein Woah Das war knapp Das war verdammt knapp Da sind zwei, da sind zwei Ich hör mir das auch da, Chris Das war ein Twitch jetzt Einer ist draußen Draußen ist noch einer Ja, Montana glaub ich Nee, ja, der Montana ist auch draußen Also mehrere als Okay, warte Ja Mann, das ist langweilig hier Achtung Hier, Tatangang Tachanka Nicht, nicht diesen Da ist Fuse Hier Wo ist hier? Ich mob den hier an Garnate Warte Tachanka Warte Wo? Wie sagt der, wenn er kommt? Warte Hier Na komm Fuse, komm Von der Kamera hab ich die linke Tür aus Ja, ich konnte den Typen nicht sehen Ey, Kapitao ist auf der Treppe Eingang Die Katze so, der kommt, die guckt Nice Kapitao war auf der Treppe Der hat aber zwei Granaten und zwei seine Feuer rausgeschossen Ich hab, ich hab Style und das Geld Ich hab alles, was den Fotzen so gefällt Ich hab, ich hab Style und das Geld Ich hab alles, was den Fotzen so gefällt Yeah Ich hab das da hinten Lockers ist keiner Doch jetzt Boah, bitte Carse, bitte verlass mich nicht, Alter Ich hab nur drei AP, verlass mich nicht Soll ich spinnte da hinten im Morge Ich hab noch Bock, alles Das war auch noch ein Lockkost Damn down Einer, einer ist drinnen und der andere ist in der anderen im Gang Einer ist in der anderen kommt jetzt Das ist ein Twitch Jaaaa Der letzte Schuss, Alter! Der 3HP-Klatsch, Alter! Der 3HP-Klatsch, Alter! Der 3HP-Klatsch, Alter! Der 3HP-Klatsch, Alter! Das ist 3HP! Der hätte sich angeputzen müssen, der wäre tot! Der hätte eigentlich nur so high! Ja, high! Und dann wäre ich tot gewesen! Oh, lol! Da ist irgendwo eine Holzbarrikade aufgegangen, ne? Ja, warte, warte, ich bring die auf! Leute! Der ist rausgerannt! Ich war auf das andere Fenster fixiert! Ich denk mir so, hä, wo steht denn Gegner draußen? Wer hat von dem getötet? Der Raum ist clear! Ja, VOOG ist rausgerannt unten, wie gesagt, der war recht lang detectet! Ja, unten! Jetzt ist VOOG im zweiten Stock wieder! Zweiter Stock, Deutsch oder Englisch? Deutsch! Da drin, in den Raum ist noch einer! Ganz oben! Ja, Poles noch im Grund, ne? Das ist schlecht, Jui! Was? Warte mal, was willst du mit schlecht? Nicht schlecht, hab ich gesagt! War die Fresson! Also der Raum direkt ist clear, ne? Hier? Ja, der ist direkt clear! Aber danach! Warte, danach ist ein Loch im Nachbarraum! Im Nachbarraum ist ein Loch! Hinter dir, ne? Okay, anscheinend war da keiner! Der zweite, der da gestorben ist! Was war das? Das Termite? Das war Twitch! Oh shit, 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 shit! Auf jeden Fall nach oben! Also aufpassen, ich bin safe, ich bin safe! Ich muss dazu dir kommen! Sind die oben, schießen die oben über die Reinforcer durch? Ja, ja, über dem Loch! Also über da, über der Reinforcer mit! Ist das euer Ernst? Hey! Wie mal zwei Leute reviven? Ja, wenn ich jetzt rausrenne, geht's mir genauso! So Leute unten! Kommt schon! Das schafft sie also! Trau dich! Oh, jetzt von vorne backen! Trau euch! Das ist schwierig! Nein! Jonas, nicht! Tu's nicht! Ich muss es testen! Du kannst es tun, es wird nichts passieren sonst da! Ach, jetzt auf einmal! Ja! Jetzt seid ihr beide trotzdem da gefangen, ne? Ja, ich bleib hier! Ich geh da nicht nochmal raus! Ach, jetzt ist doch ne Blackbeard! Oh! Ach du Scheiße! Ja und Capitao! Es war! Capitao ist in dem! Ja, war schön! Hab ihn! Hey, ich hab nichts zu tun! Capitao oder was? Ja! So, los! Aaaah! Und da hinten, Leiter! Bei der Leitergriff, Max auch da! Hab ihn! Nice, dann ist der letzte Blackbeard, der draußen ist! Ja! Der muss dann reinkommen! Nur Haupttür! Der Haupttür! Über die Schilder kommt da nicht! Der Sniper, der kommt überhaupt nicht rein! Macht Sprengladung! Dixer! Nein! Mann! Ich hätte fast erwischt! Das üben wir nochmal! Ich hab das Team gerade zerstört! Naja! Das üben wir auch noch! Du hast ja vielleicht kennen! Keine Ahnung! Ich könnte noch was rüberwerfen! Hey! Die zwei Schiff! Jetzt hast du keine Sprengladung! Jimonat! Übrigens pass auf deine Fett auf! Habe ich gar nicht gesagt! Wo bist du? Es ist doch nur noch der eine! Ja! Ja und! Und ein gegen zwei könnten trotzdem nur locker gerissen werden. Ja, muss aber runter. Warum gehst du nicht runter und hilfst ihm, um so reinzukommen? Wieso, wo ist die denn? Der ist im Raum. Der letzte ist im Raum. Da hätte ich aber den Sprenger noch genommen. In dem, ja. Hä? Ich habe sogar einen Assist bekommen. Ich habe sie dadurch getroffen. Erfolgserlebnisse. Nein, ich habe die durch. Ja, deswegen bin ich hier reingegangen. Eine Frage, wie ist denn die Tür aufgegangen? Ich habe die aufgeschlagen. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Ich dachte, das kann. Na, hallo, rennt da oben. Du brauchst zwölf bis dreizehn Mal gehen. Ja, ich habe nicht mitgekriegt, dass die im Raum ist. Wow. Fängt euch! Was halt so? Ich wollte schnell hinterm Schild mich verstecken. Ach, von hinten auch noch. Also rechts und links. Hinter dir. Ach, nee. Geh runter, geh runter. Das ist, das ist, das ist Dings. Unter? Ja, jetzt. Der sitzt da doch noch in der Ecke. Ich weiß, dass der da noch sitzt. Ich habe noch ein anderes Problem. Was? Wie dumm! Ja, ach nee. Voll der Killer, Alter. Ich mach das. Geh weiter nach links rüber. Geh da. Lade eine Pistole noch, wenn du kannst. Haben wir da noch? Kamera noch. Wir haben alle Kameras. Lass da doch gucken, wann er kommt. Wir können nur sagen, wenn er vor der Tür steht. Im Cockpit ist er nicht. Also wenn er reinkommt, sagen wir dir Bescheid. Pass auf, dass er dich vom kleinen Loch da hinten nicht holt. Aber der ganze Gang ist frei soweit. Nein, nein, nein. Gar nicht. Der guckt da. Genau dort. Oh, ich habe markiert. Ich habe zu lang gedrückt. Tut mir leid. Der guckt aber nicht weg gerade. Das kann er nicht. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Nicht gucken. Ja, nö. Okay, der weiß, wo du bist. Er bewegt dich jetzt weg. Er ist jetzt in der Küche. Quasi hinter dir. Ja. Jetzt kommt er wieder auf den Gang. Er ist jetzt direkt bei der Treppe. Jetzt guckt er in den Gang rein. Du könntest jetzt eigentlich noch mal in die andere Ecke laufen, weil er weiß, dass du in der Ecke da wahrscheinlich bist. Warum hat er so weg, wenn ich nur eine Camp gesehen habe? Ich habe vier Camps geworfen. Alle anderen sind bis jetzt zerstört worden. Lass ihn mal ein bisschen konzentrieren. Er hört ja sonst nichts, wenn alle quatschen. Ich, der hört nichts. Er hätte es neben der Tür in die Ecke gehen sollen. Er hätte ja am wenigsten mit dir gerechnet. Der kommt, oder? Man sieht sogar, wenn du lachst. Leute. Der kommt da bestimmt. Was? Ich weiß nicht. Sag sowas nicht. Das verwirrt einen. Er geht rechts ans Loch. Links. Oder? Ja. 10 Sekunden. Ja. Jawoll. War das nice? War 8, ja? Nein, nein, nein. Ich habe auch einen Kill. Ich habe Blackbird erwischt. Stimmt. Es ist euer Ernst. Ey, geh zurück. Geh zurück. Schnell dich zurück. Okay. Ich habe nicht mitbekommen, dass dein Film gebrochen worden ist. Ich habe es gerade angesehen. Ja, ich auch. Ich habe nichts gesehen, weil ich war da gefeucht. Ich habe nichts gesehen, weil ich war da gefeucht.